Senti, tu die Pommes-Speaker stärken! Wir müssen besser werden! Ja, meine Spaghetti-Arme werden trainiert, Junge. Guck dir die Muckis an! Ganz genau. Obwohl, wir heben gerade nur zwei Footballs. Das ist ein bisschen zu einfach, oder? Und danach müssen wir das Auto nach oben pushen! Oh mein Gott, schaut mal, Freunde, wie stark ich bin! Oh mein Gott, ich kenne den nicht, ich kenne den gar nicht. Okay, probier du mal. Okay, Junge, guck dir das an, guck dir das an, guck dir das an. Bist du ready? Ich bin ready, Freunde, wir müssen es bis ganz hoch schaffen. Das war ja gar nicht. Wir müssen weiter trainieren, wie damit wir stärker werden. Ganz genau, von ihr seht es, da oben müssen wir enden. Wir müssen einfach stärker werden zu trainieren. Wir können uns hier sogar... Oh, schau mal, eine neue Hand equippen! Jetzt haben wir solche Volleybälle oder sowas, ne? Ja, aber ich kann direkt weitergehen. Ich kann hier Basketbälle! Was? Oh mein Gott, okay, guck mal, ich hole mir meine Geschenke ab und ich bekomme so viel. Und sogar ein Haustier! Oh mein Gott, okay, warte mal, ich claim auch alles. Alter, 57 Wins! Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Kann man das Haustier equippen? Ja, bestimmt, oder? Bam! Ich hab einen Pinguin! Ich hab einen Tiger, let's go! Und jetzt bekomme ich plus 27! Was? Ich nur 12! Okay, warte mal. Okay, warte mal, wir haben 50 Pokale, Freunde. Ich kauf mir einfach mal ein Ei. Ich kauf mir ein Ei und... Noch ein Pinguin, Manu! Kannst bald dein eigenes Zoo eröffnen. Das stimmt. Ich hab plus 25 jede Sekunde. Okay, Vitamin, ich hab 4000 Stärkepunkte. Schaff ich jetzt das Auto, den Berg hochzuschieben? Oh! Oh, ich weiß nicht, ich komme. Oh mein Gott, hast du... Oh! Ja, das war schon recht gut. Okay, Leute, ihr seht, wir werden nach und nach natürlich besser. Jede Minute, jede Sekunde, jede Stärke werden wir weiterkommen. Und, okay, können wir eigentlich noch was anderes machen? Äh, nee. Kannst du am Glücksrad drehen oben? Ah, warte mal, hier. Bei 10.000 krieg ich das nächste. Okay, Glücksrad. Ja, 3.000 Glücksrad. Oh, mal 6 Wins hab ich bekommen. Mal 6? Okay, das ist stark. Ich? Ja. Ich hab mal 500 Stärke. Oh. Oh mein Gott, was? Ich hab das beste Haus, der bekommen! Was? Wie viel machst du plus? Junge, plus 1000. Nein! Als ob... Was? Ich brauch nur 34 nur. Okay, warte mal, könnte ich... Oh, ich wollte dir traden, aber ich kann's nicht. Oh mein Gott, ich hab so viel Glück gehabt! Okay, okay, warte, drück mir die Daumen. Ich kauf jetzt für... Oh, was ist das hier? Du kannst hier sogar für ein Juwel was öffnen. Ich öffne das mal. Ah, okay, ich öffne mal drei Stück und... Wow. Ja, ich hab Boost bekommen. Links kannst du bei Relics... Kannst du das reinmachen? Ich hab jetzt zweimal Schnelligkeit, da lauf ich ein bisschen schneller. Ich hab auch einen Pinguin bekommen wie du jetzt. Okay, Freunde, wir testen das aus. Wir pushen mal das Fahrzeug und... Okay, klick, 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 klick zum Boosten. Guck mal, ihr seht, unten steht der Booster mal 1,5 und... Oh mein Gott, Senti... Schaff's! Oh, oben seht ihr, wie viel Stärke ich noch hab. Oh, 15 Stärke, 14... Okay, das war's. Ja, aber du bist richtig weit gekommen. Jo, Freunde, was? Hier ist so ein Boot, was wir pushen können. Okay, ey, Leute, ich probier's. Oh mein Gott, Alter! Ich pushe mit 350.000. Push, push, push. 350.000 Stärke, ich muss klicken! Oh mein Gott, klick. Und, schaffst du's? Ja, ich bin... Oh mein Gott, schaut mal, 70%. Easy! Alter, und... Was bekomm ich? Ich bin gespannt, und... Ja, 20 Geschenke. 11 Geschenke. Echt? Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich's schaffe. Und damit kann ich mir ein neues Ei öffnen, und ich bekomm... ...ne Katze oder so. Oh mein Gott, echt? Ja, aber die ist jetzt nicht so gut. Ja, Senti, aber ich würde sagen, lass uns noch mal zur Schule zurück. Ich glaube, bei der Schule müssen wir auf jeden Fall lernen, wie das alles hier überhaupt funktioniert, mit dem Schieben. Ja, und schau mal, ich hab sogar solche Fußballer mittlerweile als Hantel. Let's go! Ey, wie cool! Aber ich würde sagen, ich kaufe mir jetzt mein Robux-Haustier, dass wir ein bisschen stärker werden. Ich glaube auch. Ey, Freunde, ich meine, wir haben jetzt schon 400k, aber ich würde mir auch gleich, glaube ich, ein Robux-Haustier kaufen. Oh! Oh! Und ich hab den legendär bekommen. Oh! Wie viel stark... Wie viel gibt dir das jetzt? 230 gibt dem... Oh, jetzt mach ich auch plus 2000. Yo, ich brauch plus 3000, aber du kannst hier ganz, ganz schnell neue, äh, Hanteln nehmen, weißt du? Ja, oh mein Gott, jetzt haben wir... Wow, ich hab einfach Stühle von der Schule, die ich hochhebe. Ich auch! Okay, warte mal, ich probiere, das Auto zu schieben. Mit 470.000, bitte, bitte, bitte. Gewinnscht mir Glück, ja? Ja, ich drück dir, ich drück dir beide Daumen. Warte mal, hast du nicht drei? Ja, das soll dein Geheimnis bleiben, aber... Sorry. Okay, und... Easy. Damit haben wir die Roblox-Schule hinter uns gelassen. Let's go! Das ist das Auto hochgeschoben. Okay, denkst du, ich schaff's auch mit 100.000? Ich weiß... Ich weiß nicht, wie viel hast du? 100.000. Boah, ich glaube, das wird schwierig. Ich probier's, ich probier's, ich probier's. Leute, wir gucken zu und... Klick, 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 schieb! Oh mein Gott! Schau mal oben, schau mal oben in der Mitte, da geht das so runter, ne? Ja, das sieht gut aus bis jetzt. Boah, es geht aber richtig schnell runter jetzt mittlerweile. Oh, 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 Freunde, du wirst doch langsamer. Ja, 8.000! Ich hab noch 8.000. Das schaffst du. 60.000! Easy! Und komm schon, komm schon, komm schon! Was? Ah! Was? Den letzten Meter hat das nicht geschafft! Oh mein Gott, aber er hat mir das so viel Kraft geklaut. Oh Mann, der arme Freunde. Aber, naja, viel brauchst du nicht, dann bist du easy auch bei mir. Kein Bock mehr. Und ich mach jetzt plus 6.000, aber nur, Freunde, weil wir jetzt schon Pakete hochheben. Plus 10.000! Oh, läuft bei dir. Okay, Sandy, bist du schon wieder dabei? Ich spar bis 200.000 danach. Und, okay, hier haben wir irgendwas mit Quests, Leute, keine Ahnung. Wir haben auch hier einen Rebirth, den wir jetzt schon machen können. Warte mal. Okay, ich hab 2.000, ich probier's nochmal. Yo, ich hab jetzt einfach drei Rebirths. Oh, Glückwunsch. Freunde, was mit mir passiert? Wie sehe ich denn aus? Was passiert? Oh nein, wir reden nicht drüber, Sandy. Komm schon, komm schon, ich bin oben! Ich bin oben! Oh, wir sind in der nächsten Zone. Wie bist du so groß? Ja, wir reden nicht drüber. Okay, was kann man hier hochheben? Hier sind Telefone oder sowas, oder? Richtig, richtig, richtig. Hier gibt's, oh, hier gibt's sogar ein Sternpad wieder. Oder, also, ah, eine Sternfähigkeit. Ich öffne einfach mal eine. Mal gucken. Yo, ich hab eine, äh, Trophy bekommen. Also ich, wahrscheinlich, bekomm ich, ja, mehr Trophäen. Sollte ich, ja, sollte ich das schaffen? Du schaffst es wieder, Mide. Ich glaub an dich, aber... Wow, schau mal, hier ist das nächste Auto. Hast du es schon probiert? Oh, ein Jeep. Nee, hab ich noch nicht. Okay, das ist ein Jeep und wir müssen den jetzt noch weiter nach oben pushen, aber ich hab keine Chance. Oh, ich auch, ich auch. Oh mein Gott, ich hatte 600.000. Boah. Yo, Freunde, warte mal, wir öffnen mal. Equip die blaue Aura. Das heißt, ich mach noch mehr Stärke. Was? Also, plus 12.000 gerade. Boah, ich kann schon das nächste equippen. Yo, plus 43, Freunde. Oh, als ob. Ey, wir sind richtig gut. Mit 3 Millionen Punkte. Was? Was kann ich aus, glaub ich? Nee, ich komm gerade mal 23 Prozent. Wow. Wow. Yo, warte mal, ich hab ein Phantomei. Schau mal, oben links bei Exklusiv Egg. Ja. Hab ich einfach zweimal kostenlose Eier öffnen können. Oh, ich auch. Yo, okay, warte mal, wie stark sind die? Oh, okay. Komm, bitte was Gutes. Ja, ja. Oh, zweimal Phantomei und... Oh, yeah. Plus 75.000. 84.000. Nice. Was? Okay, jetzt geht es aber richtig ab, würde ich sagen. Ich mach plus 122.000, weil ich hier doch diese nächste Handel genommen hab. Yo, guck mal unsere Haustiere an, die schade hier sind. Guck mal, wir haben 1 zu 1 die gleichen. Ja, echt? Ja. Guck mal, die gleiche Hand hin sogar. Ja, stimmt. Okay, du machst jetzt 122.000, oder? Ja, okay, das könnte dran liegen, weil ich ein Relikt hab. Ja, stimmt. Power plus 5 hab ich. Oh, warte, ja. Ich muss auch mal hier Relikte öffnen. Für die Juwelen hier, ne? Ja, 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 da kriegst du gute Relikte oder auch vielleicht nicht so gute. Ich öffne auch noch mal 3. Ich hab ein besseres. Ja, Leute, wir öffnen noch mal 3. Man sieht einfach an den Sternschnuppen, was man schon so bekommt. Ich bekomme die ganze Zeit diesen Stinkstiefel. Ja, der Stinkstiefel ist doch ein guter Stinkstiefel. Ich hab das dritte Mal hintereinander bekommen. Das vierte Mal. Was? Guck mal was anderes. Jetzt mal was anderes, Junge. Boah, ich klicke. Ich klicke, ich klicke. Okay, wir sind gut dabei, Freunde. Plus 1,5. Booster, bitte, 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 bitte. Oh, schieb, schieb das Auto. Ey, Sandy, soll ich dir was sagen? Schaffst du es? Ich glaube, ja. Niemals. Ey, bitte, bitte, bitte. Freunde, los. Oh nein, okay. Am Ende wird es aber richtig schwierig. Ja, 67%. Was? Wow. Okay, ich schaff es auch nicht. Aber wir haben richtig viele Wins bekommen. Auf jeden Fall. Wenn du immer drei von der gleichen Farbe hast, kannst du das merchen, also zusammenpacken. Oh mein Gott, Freunde, warte mal. Boom. Ich hab zweimal das. Yo, zweimal das, äh, boom, Power plus 10. Nice. Alter, weißt du, wo ich dieses, äh, plus 100% Power geschnappt habe? Ne, wo? Guck mal, bei Quest rechts. Ja? Ich hab das zu 0,1% bekommen dann bestimmt. Warte, 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 Quest. No, was? Schwert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist richtig stark. Wie unfair ist das denn? Das ist echt unfair, das stimmt. Ich hab einfach einen Würfel bekommen. Warum auch immer und wofür ich den auch immer brauche. Okay, Sint, ich seh schon, du probierst es gerade. Ja, ich hab 80 Millionen, aber ich glaube, es wird trotzdem nicht reichen, bin ich ehrlich. Okay, wie viel Boost hast du schon? Äh, 1,5, 1,75. Ja, ich auch. Ey, das schaffst du. Oh ja, ich hab doch 70 Millionen. Junge, ich hab doch 40 Millionen, ich schaff's auch. Und wir sind in der nächsten Zone. Let's go. Warte mal, die Hochzeitzone? Oh man, Vitamine, wir sind jetzt in der Hochzeit angekommen. Und wir können direkt... Guck mal, ich hab so einen Liebesbrief. Ich schreib dir einen Liebesbrief. Nein, bitte nicht, aber... Warte mal, ist das ein Kinderwagen? Äh, Mama? Was? Wie soll ich den da bitte schieben? Oh mein Gott, ich will mal schauen, wie weit ich damit komme, theoretisch. Und Senti, hier kannst du einfach theoretisch Pets mit bestimmten... Ja, mit einer Chance upgraden. Oh. Okay, Vitamine, ich schieb den Kinderwagen und ich wurde direkt überrollt. Keine Chance. Okay, Senti, ich geb jetzt 5 Juwelen aus. Und ich kann mit 3% oder zu 3% ein Stellaris-Pet bekommen. Keine Ahnung. Okay, okay, aber dann verschwindet dein Haustier sonst. Ich hab nicht genug Gems, toll. Oh mein Gott, Freunde, schaut mal. Ich hab ja noch rausgefunden, dass man hier Auren kaufen kann. Oh, stimmt, und damit bekommt man plus 10% mehr Stärke, ne? Genau, Auren und Trails. Also ich hab jetzt eine gute Aura und einen guten Trail. Okay, ich hab Rainbow gekauft jetzt für mich. Was? Ah. Ja, und jetzt mach ich über eine Million mittlerweile. Junge, ich mach 900.000. Okay, Vitamine, ich will sehen, wirst du ein guter Papa sein? Ich glaube, ich werde das sowas von fallen lassen, ne? Schieb den Kinderwagen, pass auf, der ist nur auf die Welt gekommen. Oh, wow. Okay, warte, wie viel Prozent hast du es geschafft? Vielleicht komme ich weiter. Zwei. Okay, aber ich hab's bis zu acht geschafft. Boah. Yo, warte mal, Freunde, das haben wir auch noch zu Scarlet gemacht. Okay, wir haben jetzt, jo, gute, jo, gute, echt gute Sachen. Ja, Titel kann ich ja aktivieren, Leute. Ich weiß aber gar nicht, ob das was bringt. Ich bin ehrlich. Spend Robux. Ja, ich bin hier Supporter, ne? Hier sind wir in der Hochzeit. Rebirths könnten wir machen. Ich weiß gar nicht. Gibt's noch irgendwas, was uns ein bisschen voranbringen kann? Guck mal, ich war jetzt plus zwei Millionen. Soll ich mich reberfen mal? Ich sammle jetzt viele Wins und reberfen mich. Du kannst es gerne probieren. Aber ich hol mir noch ein paar Relikte einfach. Vielleicht krieg ich ja was Gutes. Hier gibt's jetzt mittlerweile viele Ankammt. Also die werden immer besser. Yo, Leute. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an. Ich hab mir grad ein Haustier gekauft. Und jo, plus acht Millionen. Was? Was hast du gekauft? Ich habe mir oben. Bei Giftpacks kann man sich einmal pro Welt was kaufen. What's up? Ja, das hat mich 400 Robux gekostet. Aber egal, Freunde. Das war's wert. Eine Milliarden Stärke. So, oh mein Gott. Plus elf Millionen. Wir haben jetzt die nächste Hantel. Ich bin mal gespannt, was wir danach bekommen. Und das sieht cool aus, das Pad. Alter, einfach so ein riesiger König. Exklusiv Poison King. Okay, ich hab mittlerweile auch über eine Milliarde Stärke Punkte. Aber wir sind trotzdem zu schwach. Wie stark müssen wir sein, um so einen Kinderwagen hochzuschieben? Ich hab keine Ahnung. Eigentlich ein Kinderwagen, meiner Meinung nach, ist ja relativ einfach, oder? Ja, wie viel Punkt hast du? Ich hab, ja, weniger als eine Milliarde. Aber, ey, ich komm viel höher. Bis 20 Prozent. Ich hab's auch bis 20 Prozent. Yo, aber, okay, okay. Ich bin mittlerweile recht zufrieden. Yo, okay, wir kaufen uns einfach nochmal hier. Oh mein Gott, Alter, nochmal. Plus, äh, Deep Blue Aura bringt uns auch nochmal. Plus 20 Prozent mehr Stärke. Wow, 1,7 Billionen, Leute. Wir können's nochmal probieren. Ich meine, ja, wir kommen jetzt eh noch nicht so weit. Das weiß ich. Aber, wir müssen ja mal testen, wie weit wir jetzt mittlerweile kommen. 10 Prozent, easy. 20 Prozent sind auch drinne. Let's go. 30 Prozent hab ich geschafft. Und zusätzlich können wir uns, können wir uns die nächste Aura kaufen? Ja. Ja, mit Gems. Okay, bam. Oh, nice, Leute. Jetzt geht die Party ab, sag ich euch. Und ich öffne mal hier nochmal ein Pad, weil ich gerne meine anderen, auch, ja, ein Pinguin, weil ich die gerne ändern würde und... Ja, okay. Die Termine, stark. Ja, das bringt nichts. Du kannst ja auch für 9.999 Straw Bucks ein Pad kaufen. Das gibt mal 5,2 Millionen. Ja, warte mal, und hier kann man übrigens zu 0,5 Prozent das haben, was du hast, ne? Das Schwert. Oh, ja, das Schwert. Oh, das wäre so cool. Das ist genau ein IOS erwähnt. Mann, ey, Senti, wenn ich das hätte, dann würde ich hier richtig abgehen. Du müsstest nur plus oder tausendmal mehr machen. Ach so. Wir merchen hier nochmal ein bisschen was. So, bap, bap, bap. Und dann haben wir nochmal drei blaue und jetzt habe ich ein lilanes Epic plus Speed. Boah, das läuft richtig gut hier. Warte mal, equip nochmal das... Boah, 22 Millionen. Hier haben wir einen Lack. Warte mal, Lack können wir auch nochmal equipen. Boom. Und... Mein Mann, ey. Zweimal plus Lack. Das heißt, eigentlich, wenn ich was öffne, habe ich eine Chance, bessere Sachen zu bekommen. Und ich schiebe nochmal mit 3 Milliarden. Schieb, 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 schieb. Oh, ey, ich komme gut, ich komme gut, ich komme gut. 2 Milliarden habe ich noch. Oh, mein Gott. Ich habe 47 Prozent plus 2 Millionen Trophäen. Oh, aber 2 Millionen ist gut. Das ist gut, ja. Jo, Freunde, 10 Milliarden und wir probieren es mal. Oh, mein Gott, 10 Prozent locker easy. Okay. Okay, warte mal, Sandy. Vielleicht schaffe ich das. Oh, mein Gott, du schaffst Vitamine. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Ja, Sandy, komm hoch. Ich komme hoch, let's go. Hast du es geschafft? Ja, warte mal, jetzt wird es doch nochmal ganz schön eng. Ja, ja, ja. Klick, klick, klick. Nein. Nein. Den letzten Millimeter. Nein, ich habe es gesehen. Oh, mein Gott, okay, vielleicht schaffen wir es. Freunde, wir haben die beste Hantel, haben 14 Milliarden Punkte. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Und? Oh, ich schaffe es. Ich schaffe es. Nice. Ich habe es geschafft. Oh, mein Gott, was? Aber ich weiß ganz genau, wie ich dir ganz schnell hinterherkomme. Hier die Matrix und dann, ja, mit der Matrix machen wir es. Ich habe auch Matrix, ich habe auch Matrix. 73 Millionen Stärke, yo. Okay, wie viel hattest du? Ich habe 20 Milliarden und ich hatte auch 10 übrig gehabt oder so. Yo, okay, wir haben jetzt 13. Leute, wir haben es gerade fast geschafft. Das bedeutet, jetzt, jetzt werden wir das easy schaffen. Ich würde sagen, pushen wir die letzten paar Meter der Boost. Guckt euch mal an, wie schnell auch der Boost hochgeht. Du schaffst das, Junge. Gib dein Bestes, Junge. Cheap, cheap, cheap. Oh, mein Gott, ich habe plus 10 Milliarden nochmal bekommen. Was, einfach so? Ja, bei Geschenke rechts hast du es auch gemacht. Yo, warte mal, ich mache es gleich. Und? Ja, ich habe es geschafft. Oh, mein Gott, der Kinderwagen ist umgefallen. Moin. Der arme Kinderwagen. Wie viel machst du pro Sekunde? Ich mache plus 54 Millionen. Ich einfach 105. Oh, und hier kannst du Haustiere kombinieren und dir gibt es noch bessere Hunted. Yo, okay. Aber, Senti, ich glaube, ich probiere auf jeden Fall jetzt nochmal hier den Truck hochzuschicken. Guck mal, der muss. 0,5%. Wow. Probier du mal. Warte, warte. Okay, warte mal, wo hattest du? Ah, bei Geschenk oder was? Ja. Bei Gift? Ist das bei dir auch was? Nee, da bekomme ich gar nichts hier bei Gift. Wir probieren das zu knacken. 0,9. Easy, easy. 0,9. Yo, 0,6. Alter, wenn uns jemand fragt, Senti, wir sagen nichts. Let's go. Oh, 0,8. Knappes Ding, knappes Ding. Guck mal, hier kann man, wie gesagt, noch Titan-Sachen draus machen. Aber ich würde sagen, Freunde, wenn, machen wir das beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr dann noch ein zweites Video sehen wollt, lasst es uns wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, gerne bei Senti vorbeizuschauen. Und dann sehen wir uns morgen beim anderen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.